So, hallo Leute, hier ist Arlisse. Ja, ich bin noch ein bisschen verschlafen, weil ich nur 5 Stunden die Nacht geschlafen habe. Und ich muss mich auch beeilen, weil ich heute mit meinem Freund einen wunderschönen Tag verbringe und noch mal mit Kollegen. Und ja, deswegen fange ich jetzt ohne weiteres einfach an. Wir haben ganz viel, wir wollen aber nur die Schatzjagden machen. Suche zwischen Pferden, Terrassen und Trauben. Ähm, das ist einfach. Pferde, ja gut, können überall sein. Terrassen, okay. Trauben klingt nach der Baroness. Also irgendwo am Pferdeverkauf der Baroness. Terrassen, vielleicht sind die Weinrauben da mit gemeint. Die Weinfelder, oder? Gucken wir mal schnell nach. So, bei der Baroness angekommen. Hier, also hier auf den Feldern von dem... Also hier oben ist schon mal nix. Ähm, Suche zwischen Pferden, Terrassen und Trauben. Vielleicht sollen wir auch hinten rum. Ja, hier ist richtig. Okay, also es ist hinter dem Stahl von der Baroness. Auf den Traubenfeldern da. Oh, SSO meinte es auch schnell mit mir. Das erste Ding, was ich eingeklickt habe und schon habe ich einen Schatz. Selbst SSO ist dafür, dass ich mich beeile. Ja. Nun ja, denn. Das ging echt fix. Das war heute echt die Schwerung. Du hast den Schatz gewonnen. Glückwunsch. Nun hast du die Chance, ein Leckerchen oder ein Lasserswerfer, für dein Pferd oder eins oder zwei Sommerarten zu erhalten. Es ist möglich, dass du eine oder... Äh, dass du eine der Belohnungen mehrmals bekommst. So sind die Regeln. Gut, was kriegen wir denn? Hier ist deine Belohnung. Oh, ich habe eine Hose bekommen. Oh, 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 oh. Oh, wow. Okay, die ist... Ähm... Also sieht echt cool aus. Ich habe noch nichts Passendes dazu zum Anziehen von den Farbkombinationen her. Ist aber echt cool. Wie heißt die denn? Eine sommergestreifte Shorts. Eine Belohnung der Midsommerschatzjagd. Geschwindigkeit plus eins. Für Spieler Level 3 und zum Verkaufen... Also durchs Verkaufen kriegen wir 95 Star Coins. Äh, Star Coins. Normale Coins. Ja, finde ich cool. Ich möchte morgen bitte wieder Sommersachen haben. Finde ich echt klasse. Gut, das war es auch schon mit dieser Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dürft ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben. Und sonst wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Eure Lysia. Eure Lysia.